Start Nummer 20. Unsere zwei Land-Hockey, Uni-Hockey, kennen wir den ganz uns? Na ja. Simon Lorenz von den Mighty Tackens. Okay, hat hier ein Eishockey-Schläger in der Hand und da kommt er. Wackelig, gute Reise wieder. Trade Air von Simon Lorenz von den Mighty Tackens. Im Raben-Kostüm. Sein Konsorte, ebenfalls von den Mighty Tackens, Pascal Rabe, äh, Raat, pardon. Ist das ein Rabe? Oder Pelikan, du weißt nicht genau. Aber Tukan, danke für meine Suflöse. Tukan, die Rampe gehört dir. Wenn ihr jetzt ein Kind herkommt und man sagt, wenn Tukan macht, kriegst du Corona. Yeah, Tukan going for the 360.